Frisch und munter geht es weiter hier am Werk und zwar so sind wir hier stehen geblieben hier haben wir einen Cut gemacht Jojojojojo und machen dann sofort weiter und da ist schon der nächste Rüpel wie bleibst du so was ach so wie bist du soweit gekommen ich denke es gibt keine andere Lösung um dich loszuwerden er denkt es gibt keine andere Lösung mich loszuwerden ok dann lass mal diese Lösung sehen und die Lösung besteht daraus ein Smogon reinzuholen ist euch das eigentlich aufgefallen dass jetzt jeder Rocketrüpel hier keine Ahnung ist das so der Style von denen dass jetzt jeder hier Smogon Radikal, Ratzfatz und Golbert haben ich glaube das ist so hier Team Style Rauchwolke ja jetzt könnte eine Attacke von uns daneben gehen das ist natürlich sowas von schlecht not Stärke wird immer treffen so mal wieder einen Schluck trinken so mach ich mal kurz das Mikrofon ein bisschen näher ran ich hoffe ihr hört mich jetzt besser oder habt ihr mich gerade auch schon gut gehört keine Ahnung und ein ah egal komm noch ein Smogon nein wir bleiben natürlich drin das machen wir mit Connor Connor soll 35 werden so ähm Fußgick oder Stärke Stärke natürlich komm das sieht so episch aus BAMS und das zieht ihn die Hälfte ab und Explosion ne Finale was hat uns auch mal so richtig Schaden gemacht da wäre ich auch fast umgefallen für Leute Schreck ne aber ehrlich wer von euch hat sich jetzt erschreckt schreibt es mir in die Kommentare ich hab mich jetzt ehrlich in etwas erschreckt boah ich hab's gar nicht aufgepasst ey und auf einmal boom er wu was er wurde mich los wie wär egal jetzt manchmal labern die auch labern die auch echt so in Dreck ne so jetzt ist hier ein Professor der eingespitzt wurde oder so wir haben eine TM gefunden wie geil ist das denn merkt euch 35 jetzt gehen wir mal da wo unsere Attacken sind und suchen 35 hier haben wir sie die Schlafräder auch kein Mensch so hier ist dieser Professor oder so Intendant ist das wie was du willst mich retten Danke du bist super der Radioturm was geschieht dort von dem Rocket besetzt hier nimm diese Tür öffnen damit kannst du den Rouladen installern in im Stockwerk 2 öffnen ich ich will dich an und zu helfen niemand weiß was sie vorhaben wenn sie erst Kontrolle über den Transmitter erlangen sie können sogar mit einem Spezial Signal alle Pokémon kontrollieren bitte helfen mir du bist meine Netzrettung bitte rette den Radioturm und alle Pokémon die 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 in diesem Land okay die Stimme war gerade ein bisschen gay aber okay ich habe ja vor lauter Schreck nicht weggeschaltet die Stimme war echt gay gehen wir mal hier hoch Münzen Amulett Münzen Amulett zu bekommen wir mehr Geld geil ich habe Bock das mit dem Lied jetzt jemand zu geben den 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 hier ist und gegeben es mal und wir gehen wer denn jetzt diesen typen sie gehen kann man nicht aber hier kann man rein das hat jetzt mal so geil gepasst und die musik ist so geil welcher stockwerk was hat er uns gesagt Prozent überlegen drei Stunden später Stockwerk 2 Achtung Achtung wir sind angekommen und wir sind hier in Stockwerk 2 nur warum um hier hoch zu gehen um auch hier hoch zu gehen um dann schließlich hier hoch zu gehen und dann zum Erdgeschoss zu gehen Achtung Achtung wir sind angekommen wir sind angekommen ich hoffe ihr mögt es wenn ich singe denn ich singe auch Spaß ich hoffe ihr mögt es wenn ich singe wenn nicht schaltet einfach weiter ich weiß ich kann nicht gut singen aber es ist mir gut in den Gehen Dankeschwester Joy Topfit das ist super das müssen sie auch sein Töte ok die Mucke hier ist richtig geil in den wir gehen mal hier rein jetzt hier ist nämlich der Raditur und gehen wir wieder hoch und dann gehen wir hier lang gehen wir alle schon besiegt deswegen können wir ohne Probleme hier lang gehen ohne Probleme hier ebenfalls hochgehen hier reingehen denn wir haben in diesem Zürcher bekommen das ist der Schlitz für den Türöffner und wir benutzen und schon können wir weiter und schon kommt auch nächster Rüppel warum hat sich der Rollladen geöffnet warum hat sich der Rollladen geöffnet hast du etwas damit zu tun wir haben noch etwas zu tun kann schon gut sein wir haben zufällig einen Schlüssel und mit dem Schlüssel kann man eine Tür öffnen oh Leute wir haben jetzt echt alle Rocketrüfel die gleichen Pokémon also wirklich so erkennt man wenigstens dass sie auf jeden Fall kein Gehirn haben ein Radikal im Team zu nehmen okay schlimm und umso der Tag ging auch noch daneben wie geil ist das denn viel bezahlen und das hat uns mal so richtig viel abgezogen es hat uns gerade mal 10 Kp abgezogen aber auch egal so der nächste wird sein Smogon mal gucken wer ist jetzt 35 Lognes 33 ich würde sagen wir trainieren jetzt erstmal Lognes weiter da Lognes die wenigsten Level hat und jetzt mal dran das wird sein so so ähm Surfer ja Surfer komm wir machen Surfer auf so so und da oben Rocketrüfel wurde besiegt ich bin erledigt ja bist du so und hier ist der nächste aber davor gehen wir mal hier runter sind Pokémon nicht wirklich niedlich ich denke meine Pokémon sind niedlich nachdem sie dich besiegt haben nachdem sie deine besiegt haben ich würde sagen wetten wir Radikal nee Rettern okay ey endlich mal andere Pokémons wow und wir haben vergessen einen anderen noch Freunde zu tun egal komm Steinhardt das passt das passt schon irgendwie irgendwie irgendwo irgendwann so besiegt ich trinke noch mal kurz ein Schlückchen mir doch lang irgendwie setzt sich jetzt bleiben ein mir ablau mir ablau wien kann man genug kommt zurück los nein denn denn Lama war in New Zealand und dauernd die zwei Partie ihr jetzt sehen werdet werde ich habe ich in zwei Stücken aufgenommen da ich den Partner werden wollte habe ich einfach mal ein Cut gemacht und ja nach diesem Partie werde ich Akt speichern denn dann werde ich morgen oder so weiter machen keine Ahnung und und dauernd so und Dufloor kein Problem Dufloor schaffen wir mit Flame Locker und dem Flammrad mit Hilfe von dieser coolen Attacke werden wir Dufloor auseinandernehmen und was ist eigentlich daran süß Dufloor Sabbat aber naja Geschmackssache so oh nein sie sind absolut unnütz er ist jetzt kapiert die dünn dünn reden wir mal mit dieser Frau warum warum muss ich das über mich ergehen lassen Mauzi hilft mir Mauzi Mauzi hilft dir nicht egal ok weiter geht's und der nächste Trainer stopp ich bin als Team Rocket Festung bekannt kein Schritt weiter ok jetzt besiegen wir ihn auch noch kurz bim 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 ah Vorstand Goldbart oh mein Gott egal wir haben Conan vorne und machen Steinhagel das wird genügen Blutsauger das hielt uns mal wieder so richtig viel ab ne oh ja wir haben Kaffee verloren und Steinhagel müsst ihn umbringen da das glaube ich vierfach effektiv ist yep down down 1318 das ist nicht wenig die Festung wurde gestürmt ja klar so und weiter geht es jetzt sind wir auf einmal hier und gehen weiter kleiner kennst du mich noch nö aus dem Versteck in ah ja immer okay ja doch wir kennen die äh die haben wir doch im Versteck schon mal besiegt mal gucken ob sie da bis hier jetzt stärker geworden ist das ist diese komische Frau da ah aus die Rettern ist ein A-Bog geworden okay wenn ihr nicht wisst weil ich meine äh guckt einfach in den vorregen Parks ob ihr die da findet aber ich kann mich erinnern gegen die haben sie schon mal gekämpft damals hatte sie noch ein Rettern jetzt hat sie mittlerweile schon ein A-Bog das nicht gerade viel stärker geworden ist im Angriff aber vielleicht ja in der Verteidigung auf jeden Fall kann es gut ausweiten muss man ihr lassen aber noch ein Steinhagen kann sie nicht ausweichen im Angriff ist sie schon mal nicht stärker geworden in der Verteidigung ebenfalls nicht in der Schnelligkeit ist sie aber stärker geworden das muss man ihr lassen aber Schnelligkeit hilft nicht viel gegen meinen Pokémons und down 1008 oh ne oder kein Level Up egal Gift Lore ach so jetzt haben sich alle Pokémons von ihr weiterentwickelt deswegen wir hatten ein Rettern ein Duft Lore wurde halt zu Gift Lore und das andere war egal jetzt besiegen wir erstmal dieses hier mit Flammenrad Lockduft was bewirkt das jetzt nochmal ah Fluchtwehr also wenn wir jetzt flüchten wollen echt mal so down Level 37 super schön super klasse und so weiter graumwuchs das hat sich nicht weiterentwickelt ok Pokémon ok dazu braucht sie auch einen Finsterstein was sie nicht hat also ganz stolz steht es da jetzt aber nicht mehr lange erstmal muss sie gegen unseren Ampharos ankommen Donnerschock diese machen wir eigentlich nicht Donnerschlag aber ist eigentlich egal als wenn wir austauschen wollen ein bisschen nachdenken muss sie auch aber kann sie ja nicht anscheinend wie ihr es hier seht so so Leute ich muss mal kurz pausieren wir sehen uns gleich wieder und hier bis gleich Schöo oder ich mache einfach erstmal weiter hier mit diesem du bist soweit gekommen ne Leute ich pausier kurz bis gleich ok da bin ich wieder Musik an du musst ein ausgezeichneter Trainer sein wir planen die Radioturm Reputation an nektieren und unseren Rückkehr bekannt zu geben ach komm das Gelagere habe ich keinen Bock mehr und außer die Stimme von denen ist so gay ne ich möchte jetzt diesen Radioturm hier fertig machen bim bim Giovanni ist das oder wieder im Vorstand ne nur im Vorstand wieder so möchte gern mit Hund Duster Wopper Echte sind so von stark ne ich glaub das wisst ihr dass er von Typ Feuer und Unlicht ist und deswegen Kampfattacken drauf sehr effektiv sind ja ich glaub das wisst ihr wenn ihr es nicht wisst jetzt habt das jetzt seht das vor allem die Attacke ist sehr effektiv Hund Duster wurde besiegt und Level 36 das ist super schön deswegen wechseln wir ihn jetzt auch aus und smog on und zwar wechseln wir ihn aus zu Loch Ness uuhh Loch Ness weil Loch Ness muss echt noch ein paar Levels jetzt zukriegen Loch Ness ist gerade mal Level 33 und die anderen schon Level 36 und 35 abgesehen von Alper und Topsi aber die brauchen wir eh nicht und zwar möchte ich auch bevor wir die 8 Arena machen wenn es geht dass ihr noch Loch Ness eine neue Attacke lernt die für die Arena sehr gut ist und zwar ist es die Attacke Eiszahn und Hundemon ja jetzt wird's ein bisschen stärker aber auch nicht viel so Level 35 ihr seht schon jetzt hat er ein kleines Level mehr als wir das eigentlich nicht sein sollte aber jetzt kann ich dagegen nichts mehr machen jetzt sind wir auch noch vergiftet wie schön ist das denn und Fuchtler hält an das ist ein Problem denn dann sind wir gleich auch noch verwirrt durch Fuchtler wir machen mal jetzt Surfer Finte und Licht wir sind Flugwasser ok ja verwirrt habe ich doch gesagt bitte trefft dich jetzt nicht selber ok wir greifen ihn an das ist gut ich hoffe er stirbt er stirbt jetzt ich bete um einen Volltreffer ne die geht zu langsam er ist gut jetzt haben wir echt mal einen Gegner gefunden aber ich will ihn auf jeden Fall besiegen deswegen war ich Kaskade bis müsste er noch einmal überleben genau und wenn es jetzt nicht funktioniert das war's das war's das war's Lockness ist down so aber die restlichen sind alle besser als er ja ich muss jetzt überlegen ich versuch's jetzt mal mit Elektro und Donnerschlag Glut das war klar dass er Glut einsetzt aber Glut dürfte mein dann noch überleben ja auch Volltreffer eiskalt naja wir haben's geschafft wir haben's geschafft Volltreffer jetzt Volltreffer boah danke ey das haben wir auch genau jetzt gebraucht hätten wir vorher bei Zerper mehr gebrauchen können aber so ist das Spiel normal nein vergib mir Giovanni Giovanni soll ihm vergeben ok wie kann das sein unsere Träume wurden zerschlagen ich konnte meine Aufgabe nicht erfüllen wie Giovanni werde ich Team Rocket hier und heute auflösen leb wohl jo mach's gut bim 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 und das ist echt ein langer Part das lese ich jetzt nicht vor wir haben die Bund Schwinge bekommen das heißt wir können dazu einen legendären Pokémon nur zu wem das werden wir alles noch sehen ja ich bitte jetzt denn die Zeit ist jetzt echt ach du scheiße d d so jetzt werde ich noch ganz schnell rausgehen ja Team Rocket hat sich aufgelöst so wie er es gesehen hat und jetzt müssen wir so schnell wie möglich raus so und jetzt sind wir draußen ich speichere ab und sagt bis zum nächsten Mal wenn wir ein legendäres Pokémon fangen werden was auch in unser Team kommt ich sag schau und wenn euch das Video gefallen hat bitte ich um Feedback hat euchs gut gefallen Daumen hoch hat euch das nicht so gut gefallen Daumen runter danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal Tschö.